Finanzierung ohne Eigenkapital oder die risikoarme Spießer-Variante mit langer Zinsbindung? Heute geht es um Immobilienfinanzierung, allerdings diesmal aus der Sicht des Maklers und nicht des Finanzierers. Und dazu haben wir Yilz mit auf der Couch und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Wie man sieht, habe ich keine Karte in der Hand. Ich bin nicht unvorbereitet, hoffe ich, aber ich bin gespannt, wie ich deine Fragen beantworten kann. Danke für die Einladung erstmal. Sehr gerne. Dann erstmal die Frage, wie ist der Sommer bisher für dich? Wir sind jetzt aus der Sommerpause zurück. Was hast du Schönes mit dem Wetter angefangen? Heute ist ja immer noch so super warm. Ja, ich habe angefangen mit meiner Freundin montags Volleyball zu spielen, Beachvolleyball. Hat uns ein Kumpel zu eingeladen, das ist mit einer Trainerin. Das macht echt mega Bock. Das heißt, da habe ich einmal in der Woche so erzwungenes Sommerfeeling. Es macht mega, mega Spaß und ich habe auch ein wenig mehr Bräune als mein Hemd gerade. Das ist schon mal gut. Und an sich, boah, ich müsste mal mehr Motorrad fahren. Dieses Jahr ist noch sehr, sehr motorradarm. Das macht mir irgendwie zu schaffen. Aber an sich geht es mir gut. Ich mache viel Sport, auch mit Nico. Ich darf ihm ab und zu mal auf die Mappe hauen beim Sport, weil wir ab und zu mal boxen. Und mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin gerade zwangsläufig ein bisschen im Fußballfieber immer noch, weil ich es selber super spannend finde, weil meine Kinder irgendwie infiziert sind. Und das heißt, ich muss quasi jedes Spiel, was irgendwie in die Zeit passt, wo die Kinder nicht schlafen, mitgucken. Aber okay, so ist das nun mal, wenn EM ist oder WM ist. Ja, der jetzt, wo wir es ja dann auch ausstrahlen, EM war, ne? EM war. Und wollen wir einfach sagen, was wir glauben, wer Europameister wird? Das können wir ja dann... Oh, das wäre spannend. Das wäre spannend. Nach dem letzten Deutschlandspiel, also das letzte, was es ja jetzt war, war ja Deutschland-Schweiz jetzt, als wir es gerade aufnehmen. Ja, bin ich skeptisch, ehrlich gesagt, ob das was wird, gerade wo man jetzt gehört hat, dass ja Spanien ungeschlagen durch die Vorrunde ist. Wir sind ja noch in dem Vorrundenmodus gerade. Das stimmt, ja. Aber ich kenne viele Mannschaften, die sind auch schon ungeschlagen durch die Vorrunde und dann direkt im Achtelfinale rausgeflogen. Also das heißt, weil die haben die Messlatte für sich selber so hochgesteckt und denken, das prallt alles ab. Und dann sind sie ein bisschen nachtlässig in der Abwehr, fangen sich vielleicht zwei Dinge und dann ist es auch vorbei mit dem Turnier. Also ich bin gespannt. Mein Tipp bleibt tatsächlich dabei. Ich finde, die Mannschaft ist gerade ziemlich stark. Ich denke, Deutschland macht das. Und wenn nicht, dann habe ich halt Unrecht. Ich tippe jetzt einfach auf Spanien. Okay, alles klar. Naja, werden wir sehen. Wollen wir darauf irgendwie ein Bier wetten oder so? Dass wir dann in einem Podcast, wenn es raus ist, hier einen Schnapstrinken zusammen. Okay, machen wir so. Ich bringe den mit. Einen Schnaps meiner Wahl. Raumhaft. Dann lass uns auf das eigentliche Thema kommen, die Finanzierungen. So, der erste Punkt wäre tatsächlich als Makler. Was machst du da vorab mit deinen Kunden? Wie gehst du das Thema an? Machst du in der Vorqualifizierung der Kunden schon mal so den Hinweis auf, sich darum zu kümmern? Was ist finanzierbar? Wo steht ihr finanziell? Ist das für dich eine Herangehensweise an das Ganze? Als Makler grundsätzlich ist es ja immer dein Interesse als Vermittler, dass du am Ende eine erfolgreiche Vermittlung hast. Also das jetzt ganz plump gesprochen, dass natürlich sich die Kunden die Immobilie auch leisten können und viel wichtiger wollen. Und ich glaube, auf zweiteres legen Leute weniger den Aspekt. Das versuchen wir auch. Betonung auf versuchen, weil du kannst den Leuten nicht in den Kopf schauen. Das Thema Vorqualifikation, so heißt es ja im Fachsprech. Also ich qualifiziere meine Kunden so für den Eigentümer, der die Immobilie veräußert oder vermittelt haben möchte, dass idealerweise nur solvente Kunden besichtigen. Was wir nicht machen, was ich auch ein Unding finde, ist dieses Thema Finanzierungsbestätigung vorab. Also sie dürfen, das ist ja auch im Mietmarkt irgendwie so ein Übel, nur in die Immobilie und überhaupt schauen, ob es für sie überhaupt interessant ist. Die wissen ja noch gar nicht, ob sie das verfolgen wollen, weil sie waren noch nicht drin. Da irgendwie schon so eine Finanzierungsbestätigung einzuholen. Meine Frage, und die finde ich sehr, sehr gut, und die hat sich jetzt über Jahre bewährt, ist immer, wie viel Eigenkapital wollen sie einsetzen? Das impliziert nämlich nie, dass sie es nicht können. Also ich trete den Leuten auch nicht zu nah. Und dann kommt meistens schon eine Antwort. Und dann kann man ja sehr schnell, es gibt so zwei Milchmädchenrechnungen, kann man sehr schnell hochrechnen, ob das gesund ist für die oder nicht. Und dann kann man schon darauf hinweisen zu sagen, sprechen Sie doch noch mal mit der Bank, gehen Sie vielleicht noch mal hin. Ich möchte Sie auch selber schützen. Und das nehmen die sehr dankbar auf an der Stelle. Ja, das kann ich verstehen. Das macht natürlich für alle Seiten auch einfach weniger Arbeit. Also die potenziellen Käufer wissen vielleicht, wo sie stehen, schauen sich Dinge, die so völlig unrealistisch sind, gar nicht an. Der Eigentümer spart sich im Idealfall Zeit und natürlich auch am Ende der Makler. Also man hat nicht tausende Besichtigungen, tausende Termine, die am Ende dazu führen, festzustellen, dass der Käufer dafür gar nicht in Frage kommt. Genau. Und am Ende muss man ja sagen, für die beiden Seiten und nicht die dritte, der Makler, den lassen wir mal außen vor. Weil klar ist dein Effizienzgedanke hinter. Du kannst nur Geld verdienen, wenn du natürlich auch mehr als eine Immobilie ehrlicherweise effizient verkaufst. Aber das ist ja, dafür zahlt dein Eigentümer am Ende und auch ein Käufer viel Provision, wie ich finde. Aber klar, es soll auch die Leute finanziell natürlich irgendwie vor Unsinn bewahren hoffentlich und sich da irgendwie in was auch emotional reinzusteigern. Die freuen sich schon auf die Immobilie, gehen dann ganz am Ende erst zur Bank und dann kommt die Realität und das heißt, sie sollten sich das besser nicht leisten und dann sind alle am Boden zerstört, unabhängig von der Zeit. Das nimmt mir fast meine nächste Frage weg. Ja, verdammt. Denn die Frage wäre nämlich gewesen, warum das vor allem aus einer emotionalen Perspektive Sinn macht, sich vorher schon mal darüber Gedanken zu machen, wie finanzierbar man ist. Aber das hast du ja eigentlich fast schon beantwortet, dass sie eben nicht vor dieser Enttäuschung stehen am Ende. Sie finden die Immobilie total schön und stellen fest, oh, die ist aber 100.000 Euro zu teuer oder vielleicht sogar noch mehr und wir kriegen die gar nicht finanziert. Ja, also das ist ein Punkt, das habe ich jetzt schon beantwortet. Ich glaube, der zweite Punkt, den viele noch nicht kommen sehen, ich habe es mit Nico auch schon irgendwann mal am Rande mal besprochen, ist das ganze Thema, was passiert dann, wenn ich eine Anschlussfinanzierung brauche? Also ich kann mir sicherlich auch Immobilien leisten mit weniger Eigenkapital, indem ich eine sehr hohe Rate zahle. Habe ich denn verstanden, wie sich der Zinssatz und auch der Leitzins einigermaßen, also habe ich es einigermaßen verstanden, wie sich das auch auf meine Finanzierung auswirken kann, wenn ich zum Beispiel meine Finanzierung auf zehn Jahre festlege, nach zehn Jahren ist der Kredit nicht abbezahlt. Ich muss eine Anschlussfinanzierung zu aktuell dann gültigen Zinsen abschließen. Und emotional kann das natürlich heißen, ich investiere unglaublich viel Zeit in den zehn Jahren in mein Eigenheim und baue mir was auf, habe mit einer Familie, mit meinen zwei Kindern, meiner Frau, meinem Partner, mir ein Zuhause geschaffen. Dann verdreifacht, vervierfacht sich die Rate und ich stehe auf einmal vor dem finanziellen Ruin und muss dieses Zuhause verkaufen. Also das ist ja auch ein riesiger emotionaler Aspekt der Sicherheit, den ich damit einplanen sollte, dass ich wirklich mit der Bank offen spreche. Deswegen, was sollte ich mir erlauben? Nicht, was kann. Ich kann mir sicherlich finanziell mehr erlauben, als ich manchmal sollte. Ja, es ist auch, glaube ich, also gerade für Familien ist der Finanzierungszeitraum, klar, zehn Jahre Zinsbindung kann in manchen Marktphasen Sinn machen. Ich denke, bei ganz niedrigen Zinsen sollte man eher darüber nachdenken, so lange wie möglich sichern. Weil wenn irgendwie wir von 1,4 Prozent reden, so was soll da noch groß passieren. Dann habe ich vielleicht 1,2, wenn es ganz gut läuft und der Markt sich noch weiter nach unten entwickelt im Zinsniveau. Aber das ist schon eher unwahrscheinlich. Also bei so niedrigen Zinsen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hoch geht, eher realistisch. Und deswegen, jetzt gerade sind wir ja weg von diesen Zinsen, aber in dem damaligen Umfeld gab es ja sehr viele, die eben nur zehn Jahre Zinsbindung genommen haben. Ja, aber das ist ja auch, finde ich immer, das regt mich dann auch so auf, das ist diese Gier des Menschen, dass er immer noch weniger bekommen will. Ich meine, wir waren bei einem Leitzins, der nahezu gegen Null ging. Also mein Vater, der hat noch teilweise Immobilienfinanzierung und andere Dinge zu zwischen 8 und 9 Prozent bekommen. Und da sprechen wir noch nicht von Tilgung. Da hatten aber die Immobilien auch noch eine Rendite von 12 bis 14 Prozent, wenn du eine Immobilie gekauft hast, zum Beispiel als Kapitalanlage. Ich habe allen in meinem Freundeskreis gesagt, vor fünf, sechs Jahren, die teilweise 0,9, 1,4 bekommen haben, für zehn Jahre. Ich habe gesagt, nehmt 1,7, nehmt 1,9, nehmt 2,1 meinetwegen, für 20, für 30, legt es so lange fest, wie ihr könnt. Und die schreien jetzt alle. Ja. Und sagen, und ich denke mir so, ja, also sorry Leute, aber wie blöd seid ihr, guckt euch doch dann, wenn ihr mir nicht glaubt, okay, aber guckt euch doch den Graph an, der Zinsen über die letzten 40 Jahre. Ja. Ist wie ein Aktienkurs, ja. Und wenn der, wenn der nicht auf dem 52-Wochen-Tief, sondern wenn der quasi auf einem historischen Tief ist, was ist denn in der Regel die nächste Richtung? Ja. Auf jeden Fall nicht weiter nach unten. So, und dann sagen die, ja, aber 0,4 mehr und das sind doch, weiß ich nicht, 3, 4, 500 Euro mehr jetzt, ne, ich mache jetzt hier fiktive Zahlen, das ist keine echte Rechnung. Ja, klar, aber rechne in zehn Jahren, das ist jetzt wieder, jetzt sind wir bei Daniel Kahnemann und allen psychologischen Aspekten, schnelles Denken, langsames Denken, sofortige Gratifikation, ich spare heute versus ich spare in Zukunft, das Marshmallow-Experiment, whatever, nehmen Sie alle. Der Mensch schafft es nicht, das für sich rational und emotional zu trennen. Ja. So, und das, das tut mir dann leid, also da müssten wir andere Mechanismen auch haben. Ich denke auch, das ist eine Perspektive, es ist besser, sich nach 30 Jahren darüber zu ärgern, pro Jahr vielleicht 1000 Euro mehr an Zinsen bezahlt zu haben, als nach 10 Jahren festzustellen, ich kann mir das Haus nicht mehr leisten. Ja, und? Ich kann ihn ja hier nennen, der Bernd Hütter ist ein guter Bekannter von mir, der ist bei Cube aktuell Teil des Vorstands und der sagte mal so schön, Jils, es ist doch klar, guck mal, in meiner Generation, der ist ein bisschen älter als ich, da hat man sich eine Immobilie gekauft, das war der deutsche Traum, klassisch, ich schaffe, schaffe, Häusle baue, und dann bin ich aber weniger in Urlaub gefahren. Ich wollte nicht zweimal im Jahr irgendwo ins Ausland fliegen, ich wollte dann nicht noch einmal in der Woche Sushi essen, also vielleicht will man das, aber dann sind wir früher an die Ostsee gefahren und wir haben uns aufgrund der Investitionen in das Haus zurückgenommen in unsere Investitionen. Heutzutage in meinem Freundeskreis wollen alle dreimal Sushi essen, wollen zweimal im Jahr mindestens in Urlaub fliegen, damit sie bei Instagram irgendwas posten können und haben durch Instagram und Co. noch irgendwie das Bedürfnis, man ist unerfolgreich und ein Versager, wenn man nicht eine Immobilie besitzt mit Pool am besten. Und dann gehen die Leute natürlich, wenn sie das Geld bekommen, dann können sich Leute auf einmal Anfang 30 einen 800, 900.000 Euro Kredit nehmen und ich hoffe wirklich für die Menschen, aber es wird passieren, das wird nicht den Leuten in fünf bis acht Jahren auf die Füße fallen. Ja, das ist so die Frage, aber da kommen wir doch direkt zu dem Punkt der Finanzierung an sich. Würdest du es empfehlen für Leute eher zu einer Bank zu gehen, wenn es um das Thema Finanzierung geht oder vielleicht sogar den unabhängigen Finanzierungsvermittler, der auf viel mehr Banken zugreift und vielleicht sogar für ein besseres Angebot sorgen kann? Also wir arbeiten sehr, 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 sehr eng mit einem freien Finanzierungsvermittler zusammen seit Jahren. Das liegt aber hauptsächlich auch daran, weil es menschlich passt und es genau die gleiche Philosophie ist. Der ist unglaublich schnell, der ist seit über 20 Jahren, mehr, seit über 30 Jahren im Geschäft und immer, wenn keiner mehr eine Finanzierung hinkriegt, schafft der es noch irgendwie. Also das heißt, für unsere Kunden ist das auch eine maximale Sicherheit. Das hängt aber auch an der Person. Also es gibt ja auch gute und schlechte Bankmitarbeiter und gute und schlechte freie Finanzierer. Ich würde es so differenzieren aus der Sicht des Kunden, der sich jetzt speziell eine Immobilie leisten will, dass man sagt, wenn man seit jahrelanger Zeit bei einer speziellen Bank und bei einer Hausbank ist und ein gutes Verhältnis zu denen hat und die auch die ganze, also den sogenannten Track Record, also die ganze Historie auch finanziell kennen, würde ich auf jeden Fall mit dieser Bank sprechen. Immer. Ja. Auf der anderen Seite würde ich immer vergleichen, weil die freien Vermittler natürlich nochmal das ein oder andere Angebot haben. Wenn aber der Vermittler jetzt natürlich auch irgendeinen Abschluss haben will, hat er nicht zwingend, wie der Bankmitarbeiter, der eh schon eine langjährige Beziehung vielleicht zu demjenigen hat, nicht das Bedürfnis, denjenigen auch zu schützen. Also kann sein, gerade aus unserer Frage vorher, dem Beispiel, dass derjenige dann vielleicht dir ein jetzt vermeintlich gutes Angebot gibt, über zehn Jahre, wo der Bankmitarbeiter vielleicht sagt, schauen Sie mal, aber auf die nächsten 30 Jahre so und so und so, die natürlich vielleicht auch kulanter bei der Anschlussfinanzierung sind. Oder wenn die Immobilie mal oder man in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist die Bank da vielleicht kulanter, als wenn man dann ein anonymer Kunde beim freien Vermittler ist. Also Sicherheit, Gewohnheit, wenn man noch einen Bankmitarbeiter hat. Junge Menschen sind vielfach bei Online-Banken, bei Direktbanken, die haben keine Filialen mehr, keine Direktmitarbeiter, da ist ein Callcenter, das meinetwegen auch super gut ist. Da würde ich vergleichen, aber auf jeden Fall, vergleichen, das ist mein Punkt. Ja, das denke ich auch. Also so viele wie möglich Fragen nach Konditionen und dann halt eben nicht das vermeintlich Günstigste nehmen, sondern das, was halt Sicherheit schafft. Also klar, wenn man einen finanziellen Background hat, wo einen das nicht groß kümmert und man weiß, man kann das auffangen, man hat das im Zweifel immer noch da, das Geld und kann es bezahlen, dann kann man auch ein bisschen Risiko gehen. Aber wenn es eben darum geht, man kauft sich ein Zuhause und will da langfristig bleiben und nicht nur die nächsten zehn Jahre, dann ist, glaube ich, Sicherheit der wichtigste Punkt. Also genau deswegen kauft man ja. Genau, wenn wir jetzt über den Eigennutz reden und du hast es gerade schon gesagt, also das Thema, was wir jetzt ja hier auch ein bisschen außen vor lassen, ist ja dieses Thema Rendite. Also ich kaufe als Kapitalanleger. Ja. Die Leute werden diesen Podcast jetzt auch nicht in diesem konkreten Thema so hören, wenn sie schon die sechste, siebte, achte Immobilie kaufen. Die kennen sich aus, hoffentlich. Der, der seine erste oder zweite Immobilie kauft, die große, ich nenne es mal Generation Immocation, mit der wir auch groß geworden sind im Hoch des Immobilienmarktes, wo es darum geht, Cashflow optimiert zu kaufen. Natürlich gucke ich da auf jedes 0,1 Prozent, die ich noch sparen kann bei der Finanzierung, weil ich ja auf Cashflow gehe. Da hast du absolut recht. Am Ende kann ich mir bei den ersten zwei Immobilien leisten, dass die nicht fliegen oder dass ich drauf zahle, habe ich den Background. Wenn ich eh schon mit meinem letzten gesparten Geld die erste Immobilie kaufe, informiert euch Leute bitte. Also kann gefährlich werden. Das Eigenkapital ist immer ein Punkt, der wird viel besprochen. Ich glaube in den letzten Jahren, wo das Zinsniveau so weit unten war, ist super viel ohne Eigenkapital gekauft worden. Ist quasi gar nichts eingebracht worden. Man hat sogar noch irgendwie versucht, wenn Makler dabei war, den mit zu finanzieren, die Grunderwerbsteuer mit zu finanzieren. Das macht bei Kapitalanlegern ja teilweise auch Sinn, weil das alles kosten, sind immer über einen längeren Zeitraum. dann abschreiben kann. Im Eigennutz hat man ja nicht viel davon. Also das ist eigentlich nur, ich habe, wenn ich die Immobilie zum Marktpreis kaufe, habe ich nochmal 12 bis 15 Prozent on top, die ich mitfinanziere, die den Wert aber gar nicht widerspiegeln. Und das ist natürlich jetzt aktuell, glaube ich, super schwierig, dass man das überhaupt nur finanziert bekommt, wenn man nicht super liquide dasteht und das Geld irgendwie hat. Aber gibt es dann Fälle, wo es Sinn macht, ohne Eigenkapital zu finanzieren, für den Eigennutz? Und gibt es Fälle, wo du sagst, auf gar keinen Fall? Also erst mal zum, vielleicht so ein bisschen Grundbasislehre, ohne zu weit vorzugreifen. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Bank irgendeine Art von Sicherheit immer haben will. Also komplett ohne Eigenkapital zu finanzieren, ist im aktuellen Markt sehr schwierig. Diese sogenannten 110 Prozent Finanzierung, also 110 Prozent des Kaufpreises, das heißt in der Regel, umgangssprachig, ich finanziere meine Kaufnebenkosten, also den Makler, den Notar, die Grunderwerbsteuer, die finanziere ich mit. Das ist aktuell so oder so schwierig. Wir sind schon wieder weg im Positiven von den 95 Prozent Finanzierung. Die Banken haben in den letzten, in dem letzten halben Jahr, im letzten Jahr 95 Prozent aus Sicherheitsthemen, also da musste man 15 Prozent mitbringen, nicht nur die üblichen, sagen wir, 10 bis 11. Und jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, du hast ja, also generell noch, eine Sache muss ich noch sagen, du hast immer zwei, aus meiner Sicht, Stellschrauben. Das Eigenkapital und deine Rate, die du bereit bist, monatlich zu zahlen. Ja. Für Zinsen oder auch dann natürlich für die Tilgung, weil du willst ja auch den Betrag abbezahlen. Sonst zahlst du nur die Zinsen und hast am Ende dann immer noch deinen Kredit offen. Wann kann es Sinn ergeben, wenn ich unbedingt eine Immobilie möchte und ich sehr viel verdiene und eine gewisse Sicherheit habe. Beispielsweise, ich bin jetzt Beamter im gehobenen Dienst, bin schon älter und habe ein gutes Auskommen. Vielleicht sogar sind wir Doppelverdiener in einem Haushalt mit einem Partner. Ich weiß auch vielleicht, da steht irgendwie ein Erbe an oder ich habe irgendeine größere Auszahlung. Also ich weiß, ich bin finanziell so sicher, dass ich mir eine hohe Rate leisten kann und die Bank erlaubt es mir, quasi gar kein Eigenkapital einzubringen. Dann absolut. Der größere Hebel, den ich aber sehe für einen guten Zinssatz und eine geringe monatliche Belastung ist das Eigenkapital und das ist, was wir im aktuellen Markt auch noch sehen. Also Leute mit mehr Eigenkapital kriegen gute Finanzierung. Das ist klar. Das, was wir auch schon sehen, positiv, weil alle immer sagen, oh Gott, alles ist so schlecht. Leute mit ausreichendem Eigenkapital kriegen schon wieder unter 3%. Das ist auch schon wieder der Fall. Also diese Zeiten von 3,54% und alles, was man jetzt hier gesehen hat, das ist gerade ein rückläufiger Trend, wie lange auch immer der anhält, aber den sehe ich aktuell. Sprich, aus meiner Sicht, wenn ich schaffe, ohne Eigenkapital gesund zu finanzieren, mir die Rate leisten kann und auch sicher bin, dass ich meinen Job nicht in zwei Wochen verliere, dann kann man das machen. Generell, für alle, die hier zuhören und gerade überhaupt mit dem Gedanken überlegen, lieber nochmal in der Familie sprechen, ob ich nochmal irgendwo Eigenkapital herbekomme, ob jemand, weiß ich nicht, schon das Erbe vorab auszahlen möchte oder wie auch immer. Besser Eigenkapital, weil langfristig mehr Sicherheit. Und wenn Sicherheit da ist, vielleicht so eine Form eines Hybridenmodells, dass man mit der Bank spricht und sagt, pass auf, ich habe 20% Eigenkapital, ich würde die aber nicht in die Finanzierung einbringen, sondern als Sicherheit zum Beispiel in einem Depot belassen. Dass ich noch gleichzeitig von den Marktzinsen, die es auf das Depot gibt, profitiere, dass Eigenkapital nach wie vor da ist, um eben diese Lücke im Wert zu sichern und trotzdem voll finanziere, weil ich es mir leisten kann. Also ganz plump, wenn die Bank das macht, kann man das überlegen. Also im Endeffekt ist ja immer die Sache, spielt die Bank da mit? Ich kann ja auch mit 10 Banken das Spiel machen und vergleichen. Ja. Am Ende, wenn du, sagen wir mal, eine Wohnung für 200.000 Euro kaufen möchtest, musst du die 200.000 ja auch ausgeben. Das Spiel ist jetzt, in dem Beispiel, 200.000 wären 110%, dann wären wir ungefähr bei 180.000, sagen wir jetzt mal ganz grob gerechnet, Kaufpreis. 20.000 wäre Nebenkosten. Wenn du die 20.000 auf dem Konto hast, dann würde die Bank in der Regel dir 180.000 geben, damit du 200.000 zahlen kannst. Also das Geld muss wirklich auch abfließen. Das würde weg sein. Bei der Rechnung würde die Bank dir wieder 200.000 zur Verfügung stellen, würde wieder was mit dem Zins machen. Aber wenn es überhaupt ist, weil du sagst, ich brauche noch irgendwie Geld auf der Seite, das ist mein Notgroschen, dann wäre meine ehrliche Sache, warum überhaupt eine Immobilie kaufen? Lieber weitersparen, fünf Jahre wieder Gratifikation nach hinten stellen. Ja. Also warum mit der Brechstange jetzt unbedingt eine Immobilie kaufen, die kommt bestimmt. Das sage ich auch tatsächlich vielen als Makler. Das ist Schwachsinn. Warum dann jetzt unbedingt eine Immobilie haben wollen? Jetzt hatten wir das gerade schon ganz kurz angeschnitten, wenn das Eigenkapital stimmt, dass wir auch wieder unter drei Prozent kommen. Was ist denn so, sage ich mal, der Durchschnitt? Wenn wir von ganz Standardwerten ausgehen, ein durchschnittliches Einkommen, das, was die Bank standardmäßig fordert an Eigenkapital, wo liegen wir im aktuellen Marktumfeld? Beim Zins? Beim Zins? Da habe ich jetzt keine Statistik so parat, aber was ich immer ganz angenehm finde, für mich so ein Puls am Markt ist, der gibt so von ImmoScout eine Funktion, dass du dir, wenn du gewisse Suchaufträge hast, schicken dir dir einfach natürlich, um dich auch immer zum Kaufen zu bewegen, so Nachrichten alle zwei Wochen, der Zins ist gestiegen, der Zins ist gesunken. Ja. Und das, was ich da so sehe, sind immer Finanzierungen in deren Beispielen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die eben Durchschnitte nehmen, gehe ich jetzt einfach mal pauschal von aus, weil da habe ich nichts eingepflegt, sind die immer mit einer 3 vorne und schwanken immer zwischen 3,29 und 3,76 ungefähr. Das ist so die Range, die ich aktuell sehe, aber wie gesagt, nicht statistisch belegt, sondern anhand von dem größten Portal in Deutschland derzeit. Ja, es ist ja am Ende super individuell, es hängt von dem Bild ab, es hängt von der Gesamt, aber Durchschnittseinkommen ist auch demografisch natürlich, bist du ein Pärchen, hast du Kinder, hast du zwei Kinder, in welcher Altersgruppe bist du, also mit knapp über 65.000 Euro Bruttojahresverdienst, bist du in den oberen 10 Prozent von Deutschland, also dann bist du nicht mehr im Durchschnitt, nur mal so und das sind in der Regel, aber ist ein Gehalt, ab dem man sich eigentlich erst eine Immobilie leisten kann, wenn man nicht geerbt hat und so weiter. Das heißt, wir sprechen da auch wirklich wieder über einen kleineren Teil der Bevölkerung am Ende im Verhältnis zu den 82 Millionen oder wie viel, also über 80 Millionen in Deutschland, die hier leben. Ja, wie setzt sich das denn überhaupt zusammen mit dem Zins, also was hat der Leitzins da für einen Einfluss, weil wir hören immer wieder Leitzins wird erhöht um 0,2 Punkte und dann, was bedeutet das am Ende für Immobiliendarlehen? Hast du ein Sparbuch? Nee. Und deine Kinder ein Sparbuch? Ja. Warum? Das gab es von Oma und Opa. Ach so, und jetzt schönes Beispiel, Oma und Opa sind ungefähr wie alt? Ja, die gehen jetzt auf die 60, die sind gerade 60 dieses Jahr. Junge Großeltern noch, ne? Und die sind ja aus einer Generation, wo ja so typisch deutsch, Sparen und Sparbuch war ja noch wirklich eine Anlage, ne? Weißt du, wie viel Prozent deine Kinder da aktuell bekommen? Boah, nee, kann ich dir nicht sagen, nicht aus dem Stecker. Also du hast auch nie ein Sparbuch gehabt? Ewigkeiten her, Knacks Sparbuch. Knacks Sparclub, das kennt jeder, wer die Sparkasse noch kennt, genau, mit der Spardose immer zum Sparen in der Schule. Ja, genau. So, das Sparbuch ist ja so das typisch Deutsche, wo ich sag mal, früher hat man, jetzt früher heißt für mich irgendwo zwischen 1990 und 2000, hat man da so zwischen fünf und sieben Prozent auf sein Erspartes bekommen, teilweise sogar mal mehr. In Sonder hat man teilweise zehn Prozent bekommen, dann gibt es ja so Sachen wie Bausparerverträge und sowas. Also Sparanlagen waren in Deutschland ja mal in, sind jetzt nicht mehr in. Ja. Warum? Im Endeffekt gibt es den Leitzins, der ja den Banken vorgibt oder eben eine Richtung gibt, deswegen Leitzins, er gibt eine Richtung, wie viel Geld die Banken idealerweise für angelegtes Kapital auszahlen können sollten, in die Richtung, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen. Das heißt also, wenn der Leitzins hoch ist, hohe Zinsen, bekomme ich für angelegtes Kapital, dass ich den Banken, um damit zu hantieren, zur Verfügung stelle, auch einen höheren Zins, also Beispiel sechs Prozent. Jetzt geht der Leitzins runter, das heißt, die Banken haben auch weniger Anreiz, dieses von den Sparern eingelegte Kapital zu verzinsen. Ja. Also überlegen die sich ja, gebe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dir sage, du kriegst noch 0,2 Prozent für 100.000 Euro, die du jetzt zufällig irgendwo gefunden hast und die schon versteuert sind, kein Schwarzgeld, so legst du die jetzt aufs Sparbuch. Wenn du sagst, ich kriege eigentlich kein Geld dafür und die Inflation, das muss man ja immer sehen, also die Entwertung des Geldes liegt zum Beispiel jetzt aktuell bei sieben Prozent. Aktuell ist es ein bisschen weniger wieder, aber sie lag zwischenzeitlich jetzt mal in den letzten zwei Jahren bei sieben Prozent, teilweise sogar Richtung zehn. Ja. Das heißt ja, wenn du zu einem Prozent anlegst, die Inflation ist bei sieben, verbrennst du ja jetzt ganz stumpf gerechnet sechs Prozent. Ja. So, dein Geld entwertet sich. Also suchst du nach alternativen Anlagen und beispielsweise kannst du jetzt ja sagen, im Immobilienbereich, wenn ich eine Immobilie mit 100.000 Euro finanziere und kaufe, abzüglich der Zinsen, steigert sich zum einen die Immobilie selber im Wert, ja. Also, die Steine werden wertvoller aktuell. Plus, ich habe ja durch Mieteinnahmen am Ende vielleicht noch Nachabzug von Inflation und so habe ich sogar noch plus zwei Prozent raus. Ja. Also, am Ende fragt sich derjenige immer mit dem Leitzins, wir hängen Investitionen zusammen, je nachdem, wie der Leitzins ist, hoch oder niedrig, sind unterschiedliche Anlageklassen unterschiedlich attraktiv. Und so Menschen, die finanziell nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, überlegen sich eben, lohnt es sich überhaupt anzulegen oder haue ich alles auf den Kopf, lebe ich heute, ne, YOLO? Ja. Oder, wo lege ich es an, wo packe ich es rein? Und da kommt das Thema Immobilienfinanzierung ins Spiel und das haben, Entschuldige, das haben wir genau gesehen, niedrige Zinsen, alle rennen in Richtung Immobilien. Der Immobilienmarkt läuft heiß und dadurch schrauben sich die Preise immer weiter in die Höhe, weil die Eigentümer natürlich mehr verlangen können, weil immer mehr Leute mehr Geld bekommen. Ja. Leitzins runter, Entschuldige, Leitzins hoch, so, jetzt darf ich hier keinen verwirren, Leitzins hoch, alternative Anlagen werden spannender, weniger Leute bekommen Geld, weniger Immobilieneigentümer können jetzt zu den Preisen noch ihre Immobilien veräußern, also müssen sie die Preise senken, Immobilienpreise sinken, gleichzeitig kann ich aber auch nicht mehr so viel Kapital damit erwirtschaften, alternative Anlagen werden entspannt. Also, simpel zusammengefasst, ist der Leitzins niedrig, raus mit der Kohle, ist der Leitzins weit oben, dann sollte man das Geld ein bisschen zusammenhalten und sparen, weil man auch einfach in dieser Sparbuchform, dass man jetzt keine Assets kauft, trotzdem Renditen erwirtschaften kann. Es gibt meiner Meinung nach, immer wenn man sich informiert, eine sinnvolle Anlage für dein Geld, also ich würde nicht sagen, haut die Kohle raus, lebt, spart 30 Prozent von eurem Nettohaushaltseinkommen zur Seite und überlegt, wo ihr die hinspart, was ihr damit macht, ja, das ist für mich wichtig, bitte nicht einfach alles raushauen. Nee, das war auch bezogen auf Assets, also nicht unbedingt hier, ich kaufe mir sieben Autos, sondern ich versuche, dass ich so wenig wie möglich Geld auf der Seite behalte und kaufe davon lieber Assets, die wieder Geld erwirtschaften, statt das Geld irgendwie liegen zu lassen und das dann gegen die Inflation zu verbrennen. Ja, das war so der Gedanke. Ja, absolut. Und dann hast du ja noch eine demografische Überalterung bald, das heißt also, wir werden immer weniger Rente bekommen, staatlich, sprich, du musst irgendwie vorsorgen, ne, das ist das Wichtige. Letzter Punkt, damit würde ich auch echt zum Abschluss kommen mit der Frage, hast du so konkrete Beispiele, wo Finanzierungen noch scheitern, obwohl eigentlich schon alles stand, also quasi die Bank sagt, ja, wir geben euch das und das Kapital, dann gibt es eine konkrete Immobilie und im Nachhinein scheitert noch irgendwas. Gute Frage, müsste ich tatsächlich länger überlegen, weil aus meiner Erfahrung, da muss ich auch für die Banken eine Lanze brechen, also nicht, dass ich da sonst kein Fan von bin, aber wenn sie dann verbindlich eine Finanzierung zusagen am Ende, also wenn die Finanzierung wirklich steht, die Zusage der Bank da ist, dann habe ich es noch nicht erlebt, dass eine Finanzierung nochmal platzt. Das, was ich schon mal gelesen und gehört habe, ist natürlich dann, wenn Leute Falschangaben machen, wirklich betrügen, die Immobilie hat massive Schäden, von denen nicht berichtet wurde, später, es kommt ja in der Regel immer ein Bankgutachter nochmal, schaut sich das an, der stellt fest, ist überhaupt nicht wie vorgefunden, dann könnte eine Finanzierung rückabgewickelt werden, wir selber oder ich selber habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist, dass die Bank öfter sagt, sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus und kurz vorher wird dann doch zurückgerudert. Das habe ich schon oft erlebt, aber nicht dieses Zusage, der Bank ist da und dann platzt das Geschäft noch. Okay, also daraus vielleicht erst nach einer verbindlichen Zusage unterschreiben und nicht vorher schon den Kaufvertrag machen. Bitte keinen Notartermin, aber das macht auch, wenn das Geschäft mit Makler gemacht wird und nicht privat, bitte niemals nie, wenn die Finanzierung nicht final zugesagt ist für die Summe und auch die Parameter, bitte nicht groß danach verändern, weil das macht ja auch was. Also bitte nicht am Kaufpreis auf einmal nach oben handeln lassen um 40.000, 50.000 und dann sagen, ja das klappt schon, das bitte niemals machen. Okay, dann sind wir eigentlich durch. Ich danke dir für mein Ziels. Ich gebe dann schon mal einen kleinen Ausblick für die nächste Woche. Da haben wir nämlich jemanden hier, der das tatsächlich macht mit Finanzierung, hauptberuflich und sich auch besser auskennt als wir beide und wir gehen dann da ein bisschen mehr in die Tiefe, was das Thema angeht und haben dann auch vielleicht belastbarere Zahlen als heute. Danke fürs Zuschauen. Lassen Sie gerne ein Like da und jetzt für dich die letzten Worte. Vielen Dank und wir würden uns wie gesagt über ein Abonnement oder einen Daumen hoch unter dieser Folge sehr freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.